Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Infovideo, nenne ich es einfach mal so. Auf diesem Kanal habe ich ja wirklich schon so einiges gemacht, einiges wieder über Bord geworfen und man probiert sich ja halt auch ständig irgendwie neu aus und findet halt raus, dass einige Sachen nicht unbedingt so in den Alltag passen und andere dafür umso mehr. Und ich wollte euch einfach nochmal kurz eben auf dem Laufenden halten, was in letzter Zeit so durch meinen Kopf gegangen ist, was ich mir für diesen Kanal jetzt noch vorstelle, nur damit ihr nicht verwundert seid und ich wieder irgendwelche E-Mails, Nachrichten bekommen mit, wann der nächste Vlog kommt oder so, dann wisst ihr wenigstens so ungefähr Bescheid. Also grob erstmal, ich habe ja in letzter Zeit hauptsächlich Vlogs gemacht, wo ich so meinen Alltag ein bisschen verfolgt habe und das möchte ich schon auch gerne weitermachen, aber nicht unbedingt, dass vielleicht jede Woche ein Vlog kommt. Ich habe das ja versucht, immer so als Weekly Vlog zu machen. Das Problem ist, nicht in jeder Woche passiert immer irgendwas. Und manchmal hat man auch ein paar Termine, wo man wirklich das Wochenende dann irgendwo ist, wo man nicht filmt und dann habe ich mich immer so unter Druck gesetzt gefühlt. Ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich was für den Vlog habe und das ist blöd. Das ist für mich blöd, weil dann habe ich direkt gar keinen Bock mehr zu filmen und zu vloggen und es ist für euch blöd, weil ihr merkt das ja. Also wenn ich da nicht mit so viel Spaß da dran bin oder so, dann ist das halt auch doof und dann will das auch keiner gucken. Also für beide Seiten kontraproduktiv. Also habe ich mir überlegt, dass ich jetzt nur noch vloggen werde, wenn ich auch wirklich Lust drauf habe und wenn vielleicht auch irgendwie was Besonderes ansteht oder so. Ich meine, ich habe auch schon mal überlegt, weil mir das echt ein bisschen zu viel wurde mit dem Vloggen. Ich wusste nicht mehr, wann soll ich, also was soll ich vloggen, weil nichts los war. Ich nur noch genervt von der Arbeit war und eigentlich froh war, wenn ich meine Ruhe mal hatte und ich habe nur noch geguckt, was kann ich machen für den Vlog und das war halt einfach irgendwie blöd und das habe ich dann ja versucht. Vor London habe ich ja gesagt, ich mache mal kurz zwei Wochen Vlogpause und dann merke ich ja schon, dass es mir fehlt. Naja, also ich vlogge ja dann doch gerne, aber deswegen versuche ich jetzt einfach mal so einen Schritt zurück zu gehen und hauptsächlich noch zu vloggen, wenn ich Lust habe und wenn es irgendwas Spannendes gibt oder was Neues gibt. Und gerade jetzt, die Zeit ist ja eigentlich total meine Zeit. Ihr wisst ja, wie sehr ich den Herbst liebe, wie sehr ich Halloween liebe, wie sehr ich Weihnachten mag und das sind ja auch die Vlogs, die ihr am meisten anguckt tatsächlich, wenn man sich die letzten Jahre anguckt und das möchte ich natürlich beibehalten. Aber wie gesagt, mit weniger Stress, mit weniger Zwang, dass ich selber denke, ich muss jetzt was machen. Ne, aber dann wisst ihr auch mal Bescheid. Es kann also auch mal sein, dass vielleicht zwei, drei Wochen dann keine Videos kommen, weil eben einfach nichts Spannendes war oder ich nichts gemacht habe, ne, nur dass ihr dann einfach Bescheid wisst. Ja, ein anderes Thema ist noch der London Vlog. Das hat mich ja komplett auseinandergenommen, das ist wieder so meine eigene Schuld in meinem Kopf. Ich wollte wieder viel zu viel. Ich habe irgendwie nur Kacke gefilmt. Ich habe mich einfach nicht getraut, da zu vloggen, also so in die Kamera zu reden, was total dumm ist, weil ich denke mir so gerade in England, wer kennt mich denn da? Und ich habe halt sehr viel gefilmt, aber habe dann so gedacht, ja toll, jetzt habe ich zum Beispiel Tag 1 waren wir im Tower. Da habe ich sehr viel vom Tower einzelne Stationen gefilmt. Dann waren wir am zweiten Tag in Hampton Court Palace. Das hat halt auch einen geschichtlichen Hintergrund, aber ich denke mir halt so, ich habe nicht einmal was gesagt, außer abends, wenn wir im Hotel waren. Und daraus kriege ich kein gutes Vlog-Material einfach, da kriege ich keinen guten Vlog raus. Dann habe ich erst überlegt, das mit einem Voice-Over zu machen, dass ich euch ein bisschen was erzähle, aber dafür habe ich dann zu wenig Schnipsel oder nur zu kurze Schnipsel, um dann über die Sachen auch wirklich was zu sagen, die da passiert sind oder warum wir uns das angeguckt haben. Dann fand ich das schon wieder doof, dann wollte ich mich erst so hinsetzen und anfangen zu reden, aber dann, also jetzt hat in meinem Kopf alles nicht funktioniert. Und am dritten Tag waren wir in den Cotswolds und da habe ich einfach gemerkt, okay, im Tower war ich schon mal, in Hampton Court Palace war ich schon mal, aber in den Cotswolds war ich noch nicht und das hat mich einfach so gestresst, dass ich die ganze Zeit die Kamera auf alles drauf gehalten habe, dass ich das Gefühl hatte, ich habe selber kaum irgendwie was aufgenommen für mich. Und das fand ich dann doof. Und dann habe ich mittendrin gesagt, nee, ich breche das mit dem Vlog jetzt ab, ich will die Erfahrung jetzt auch für mich machen, ich will das aufsaugen, mal eben ein Instagram-Foto machen oder so, ist überhaupt nicht vergleichbar, wie ständig die Kamera drauf zu halten und zu wissen, dass man aus dem ganzen Schrott, den man da teilweise gefilmt, dass man da dann nachher irgendwie Material raussuchen muss, um einen Vlog zu haben und um dann festzustellen, dass man halt nicht ordentlich gefilmt hat. War irgendwie ein bisschen deprimierend. Ich glaube, wenn ich richtig, richtig wollte und meine Ansprüche ein bisschen runterschrauben würde, dann könnte ich da auch irgendwas draus zaubern. Aber ich bin nicht zufrieden und dann möchte ich das nicht einfach euch so vorwerfen. Ja, deswegen denke ich mal, wird es keinen London-Vlog geben. Aber wie bei allem würde ich sagen, ich habe daraus gelernt. Definitiv, ich weiß, wenn ich es beim nächsten Mal mache, wie ich es anders machen würde und das ist, glaube ich, auch schon mal viel wert. Ja, da habe ich halt einfach einen Urlaub für mich gehabt. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr auch ein bisschen London-Content gehabt. Aber ich muss noch viel lernen, wirklich viel, viel lernen. Auf der anderen Seite habt ihr das ja vielleicht schon mitgekriegt. Ich habe ja das letzte Video, das war ja ein Bücher-Video, so ein richtig oldschool, klassisches Booktube-Video, wie es jetzt hier ja eigentlich auch ist. Also so dieses, ich mache mich ein bisschen schicker, ich setze mich vor mein Bücherregal und ich rede einfach drauf los. Das war ja früher eigentlich mein Haupt-Content. Aber das hat natürlich auch manchmal Nachteile. Ich habe ja versucht, früher zwei Videos die Woche zu machen, dann irgendwann ein Video die Woche. Das hat auch nicht immer so mit meinem Zeitplan hingehauen. Und natürlich, man hübscht sich halt für solche Videos nochmal ein bisschen mehr auf. Ist halt einfach so. Und ich habe einfach jetzt zum Beispiel gemerkt, weil ich keinen Druck hatte, weil ich es lange nicht gemacht hatte und weil ich halt richtig Bock drauf hatte, dass mir das auch Spaß gemacht hat. Mir hat das auch richtig Spaß gemacht, mich wieder vor meinem Schminkspiegel zu setzen und mal wieder richtig mir die Fresse zuzuklastern kann, wenn man das so sagen kann. Weil ich tatsächlich ja im Alltag, also ich liebe Make-up und ich schminke mich auch, jeden Tag zur Arbeit, einfach weil ich das mag. Aber hauptsächlich ja dann so meine Augen. Ich benutze da keine Foundation, ich benutze keinen Bronzer oder Highlighter oder irgendwie sowas. Und Lippenstift schon gar nicht. Und da merke ich einfach, wie viel Spaß mir das auch wieder macht, so die Seite mal wieder ausleben zu können. Dass ich einfach mal wieder was Neues probiere. Heute habe ich einfach nur blauen Lidstrich noch mit drauf geklatscht. Einfach aus Lidschatten, weil ich Bock drauf hatte. Und meine Produkte freuen sich, dass sie wieder benutzt werden. Und ich freue mich auch, dass ich das mal wieder machen kann. Dass ich einen Grund habe, mich so mega aufzuhübschen. Und Büchervideos machen halt auch Spaß. Aber ich will halt, wie gesagt, nicht diesen Druck, dass ich jede Woche ein Büchervideo machen muss, weil dann klappt es mit dem Lesen wieder nicht. Und dann bin ich wieder frustriert und ihr versteht die Spirale. Aber das war ja zum Beispiel ein Pick My Sub. Das würde ich super gerne nochmal machen, wenn ich die Bücher alle durchgelesen habe. Mit anderen Booktubern vielleicht, wenn sich da welche finden lassen. Das Format mag ich wirklich gerne. Ich mochte früher auch ganz gerne immer die Lesemonate. Aber da war ja auch immer dieses, was ist, wenn ich nur ein oder zwei Bücher im Monat gelesen habe? Wer guckt sich das denn an? Da guckt man doch lieber andere Creator, die dann fünf, sechs Bücher gelesen haben oder mehr. Und das hat dann auch wieder, ja, nicht so gut funktioniert. Dann habe ich es ja jetzt in die Vlogs eingebaut. Das fand ich eigentlich auch ganz okay. Aber ich wollte, dass halt die Bücher, die ich gelesen habe, vielleicht doch einen separaten Platz bekommen. Und es gibt ja auch so Formate, die ich damals mal bei einigen gesehen habe, die auch so ein Struggle mit den Lesemonaten hatten, dass man ein Video macht, wenn man eine gewisse Anzahl an Büchern beendet hat. Also ich zum Beispiel habe mir so gedacht, wenn ich fünf Bücher beendet habe, dann könnte ich da vielleicht ein Video drüber machen. Halt wie eine Art Lesemonat, dass ich einfach erzähle, was ich gelesen habe, aber eben nicht auf einen Zeitraum beschränkt, sondern wenn ich fünf Bücher beendet habe. Das kann natürlich mal schnell gehen, wenn es einfache Bücher sind, wenn ich richtig Bock habe zu lesen. Kann aber auch mal sein, dass das halt ein bisschen länger braucht, bis der nächste Teil kommt, weil das Buch vielleicht mega dick ist, dass ich viele andere Sachen zu tun habe und gar nicht zum Lesen komme und so weiter, was da halt immer so dazwischen kommt. Und ja, mache ich halt einfach, wenn es stattfindet, wenn ich fertig bin. Und das, finde ich, hört sich eigentlich erst mal in der Theorie ganz gut an. Hoffen wir, dass es in der Praxis dann auch noch so gut laufen wird. Aber das ist so in meinem Kopf. Also wenn ich mal Lust auf ein Büchervideo habe und Ideen habe, dann kann auch mal das kommen. Vor allem, dann können auch die Leute, die sich hauptsächlich für die Bücher interessieren, da reingucken oder die, die dann im Vlog da keinen Bock drauf haben, müssen das da nicht unbedingt skippen. Ich werde trotzdem über Bücher in meinen Vlogs reden, welche ich zum Beispiel gerade anfange, meine Currently Readings und so weiter. Aber ich werde das Endergebnis, das Fazit meiner Buchbesprechung, die werde ich dann outsourcen. Das kommt dann in das andere Video. Ich glaube, das ist ganz gut und ich hoffe, dass das, wie gesagt, auch alles so gut funktioniert. Man kann es ja im Endeffekt nur ausprobieren. Und ich glaube, viele haben auch gar keinen Bock auf so ein Video mit, ja, was kommt jetzt, weil die denken sich, entweder kommt was oder nicht und ich gucke halt, was kommt und fertig. Aber ich dachte mir, ich sage euch vielleicht trotzdem mal Bescheid, weil wenn ich mal wirklich längere Pausen habe, erreichen mich dann trotzdem Nachrichten, wann dann der nächste Vlog kommt, was ich super lieb finde auf der einen Seite, weil ich dann genau weiß, es gibt Leute, die gucken meine Videos. Auf der anderen Seite wisst ihr dann so Bescheid, dass ihr halt dann nicht jedes Mal fragen müsst, weil irgendwann kommt schon was. Genau, das waren so meine YouTube-Ideen. Falls ihr irgendwie Bock auf ein bestimmtes Video habt, falls euch gerade was im Kopf ist, so Anna, dieses Büchervideo würde mich total interessieren oder kannst du das vielleicht mal in deinem Vlog thematisieren. Lass mich das gerne wissen, so ein paar Ideen sind ja nie verkehrt, da kann ich mir ja mal ein bisschen Inspo holen. Vielleicht kann ich da ein paar Fragen beantworten oder halt ein bestimmtes Video mal abdrehen. Und eine andere Sache, die mir ja schon länger im Kopf rumschwirrt, die ich aber irgendwie nie umsetze, weil ich mir halt auch da wieder denke, guckt das nachher überhaupt einer, ist halt Twitch. Ich weiß nicht, ob ihr Twitch kennt. Ich kenne die Plattform aus verschiedenen Wegen. Also das war ja früher eigentlich hauptsächlich, dass da viele Let's Plays stattgefunden haben, dass Leute sich da hingesetzt haben und gezockt haben. Mittlerweile ist das auch eine Bandbreite, die sich dort findet. Es gibt Leute, die machen da DJ-Sets, das gucke ich besonders gerne. Leute, die kochen da einfach. Leute, die machen sich morgens fertig und reden einfach in die Kamera. Andere nehmen einen draußen mit. Also man kann gefühlt alles auf Twitch machen, aber es ist halt ein Livestream. Und ich habe halt früher auch gesagt, da hätte ich irgendwie voll Bock drauf. So diese bunte Mischung auch. Ich habe ja auch ein paar Spiele. Ich zocke ja so manchmal ein bisschen. Jetzt nicht so richtig, aber so einige kleine Games. Und da habe ich mir schon gedacht, ob ich das vielleicht auf Twitch auch mal mache. Ob da überhaupt einer Lust hat, vielleicht zuzugucken. Und dass ich vielleicht auch über Bücher rede, mal in so einem Stream. Da hat man ja auch dann direkten Austausch dann mit den Zuschauern, wenn welche da sind. Aber falls ich da zum Beispiel auch noch mal meine Bücher bespreche oder mal meinen Sub angehe oder vielleicht mal frage, welche Bücher soll ich lesen? Keine Ahnung. Also alles, es gibt ja Möglichkeiten, noch und Löcher, die man da ausprobieren könnte. Ja, wie gesagt, man müsste sich halt noch mal trauen und mit der ganzen Technik auseinandersetzen. Und natürlich wollte ich, wie gesagt, einfach nur ein kleines Stimmungsbild. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Erfahrungen mit Twitch? Schaut ihr das vielleicht sogar schon? Oder könnt ihr euch vorstellen, mal reinzuschauen? Einfach nur mal grob. Könnt ihr mir ja gerne mal da lassen. Ja, ich würde sagen, das war es tatsächlich schon. Es sollte ja auch nur ein kleines Infovideo werden. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei und ihr habt Bock auf weder das eine oder das andere oder auf alles oder vielleicht auch auf gar nichts mehr. Dann okay. Ich kann euch nicht aufhalten. Aber ja, das sind so meine Gedanken. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt, lasst es mich natürlich auch gerne wissen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich vermute mal, dass es vielleicht ein Vlog wird. Ich würde sehr gerne über Halloween vloggen, vielleicht so einen etwas längeren Vlog machen. Und dann kommt ja dann auch schon die Weihnachtszeit. Da freue ich mich sehr drauf. Ihr werdet sehen, wie ich dekoriere. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert in meinem Kopf und ich mir ein bisschen den Druck nehme. Ja. Ja, und ansonsten würde ich einfach nur sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.